Für alle gängigen Wasserentherter gibt es ab sofort das praktische BWT Salzabo und wir schauen uns jetzt an, was das für den Alltag bedeutet. Wer wie Tim einen Wasserentherter zu Hause hat, kennt die Situation. Damit die Anlage optimal funktioniert, muss man regelmäßig Regeneriersalz nachfüllen. Meistens vergisst man aber darauf rechtzeitig Salz nachzukaufen. Denn schon beim Gedanken an das Schleppen der schweren und unhandlichen 25 Kilo Säcke ist Tim genervt. Es geht aber auch anders. Mit den BWT Perla Tubs Easy Pack, die man neu auch im Abo bestellen kann und damit das Salz direkt zur Haustür geliefert bekommt. Sie sind für alle gängigen Enthertungsanlagen am Markt geeignet und weisen dazu auch noch den höchsten Reinheitsgrad auf. Im BWT Online Shop kann Tim mit wenigen Klicks ein flexibles Abo ohne Zusatzkosten einrichten und muss sich nie wieder um den Nachkauf von Regeneriersalz kümmern. Die praktischen 10 Kilo Säcke werden pünktlich im gewünschten Intervall bequem nach Hause geliefert. Mit einem Handgriff sind die Säcke ausgepackt und schnell verstaut. So einfach war Salz nachfüllen noch nie. Jetzt exklusiv im BWT Online Shop. Einfach anmelden und die BWT Perla Tabs im Abo auf bwt.com slash Salzabo bestellen.